OneNote zeigt seine dunkle Seite. Die OneNote App für Windows 10 bietet jetzt einen Dark Mode an, also eine Ansicht mit dunklen Menüs und dunklem Hintergrund. Apps mit Dark Mode liegen im Trend. Viele Nutzer finden die Ansicht angenehmer für die Augen. Außerdem soll der Dark Mode Akkulaufzeit sparen, weil der Bildschirm nicht so hell strahlen muss. Wer den Dark Mode ausprobieren möchte, findet die Option im Menü Einstellungen rechts oben. Die Ansicht wechselt sofort von hell auf dunkel. Schwarze Schrift und dunkle Zeichnungen wiederum werden invertiert, also hell angezeigt. Übrigens, in den Farbeinstellungen von Windows 10 kannst du auswählen, ob alle Apps grundsätzlich dunkel erscheinen sollen. Danach richtet sich dann auch OneNote, wenn du hier die dritte Option auswählst, also meinen Windows-Modus verwenden. Viel Spaß auf der dunklen Seite. Mehr Erfahrungen und Tipps gibt's in meiner deutschsprachigen Community onenote.de, bei Facebook, Instagram und Twitter.